Zwei, drei Stimmen. Aber alles, was seit vor 100 Jahren ist, ist halt... Ja, ja, das ist komisch. Obwohl, hier gibt es ja auch einen Sekt. Wo eben war, gibt es auch einen Sekt. Wahrscheinlich der Traum, wenn ich meine, die hier kommen, sind wir gewohnt, aber wir haben ja auch noch einen Sekt. Also, es war das, ich glaube, schon mal. Also, es war das, ich glaube, schon mal. Also, ich glaube, schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020